Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja meine Freunde, heute betreiben wir mal etwas Glücksspiel, wenn man so möchte. Ich habe hier 221 Glücksschlüssel und keine Skrupel, sie einzusetzen. Wir werden heute 10 mal den 20er Tresor öffnen und gucken mal, was wir so bekommen. Ja meine Freunde, also wie eingangs erwähnt, öffnen wir heute 10 mal den 20k Glückstresor. Aber vielleicht öffnen wir ihn auch noch ein elftes Mal, wenn wir enttäuscht worden sind von dem, was wir hier rausbekommen können. Jetzt gucken wir erstmal, was wir daraus bekommen können. Normalerweise gibt es hier auch eine Vielzahl an legendären Skins, die man daraus ziehen kann. Naja, die habe ich allerdings schon alle. Deswegen gibt es für mich hier nur noch epische Skins, die man ziehen kann. Da gibt es aber tatsächlich einige. Ja, was würde ich denn gerne ziehen? Also, da gibt es ein paar, die mir ganz gut gefallen. Ich muss hier bloß mal gerade gucken, welche das nochmal waren. Genau, ihn hier würde ich gerne kriegen. Den Firelight für den Nomad, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut tatsächlich. Dann natürlich hier die Bloodmoon Skins, die mir hier noch fehlen. Die sehen auch relativ cool aus. Auch hier den Firelight für den Vortex, den würde ich auf jeden Fall noch abfeiern. Genauso wie diese hier, diese Permafrost Skins. Die sehen nämlich auch tatsächlich ziemlich cool aus, wie ich finde. Da hat Plarium echt was Gutes gemacht. Firelight für den Seeker, den würde ich natürlich auch noch komplett abfeiern. Dann gab es, glaube ich, ganz oben sogar noch was, das ich sehr gefeiert habe, das mir sehr, sehr gut gefallen würde. Beim Redeemer, nämlich diesen hier, den Pearl Neon. Den will ich schon eine ganze Weile haben, aber irgendwie ziehe ich den nie. Das ist schon ein bisschen bitter, würde ich fast behaupten. Gut, hier haben wir den Woodragon, der gefällt mir jetzt nicht so wirklich, den finde ich so ein bisschen meh. Die sind auch ganz cool, das ist auch eine etwas neuere Serie, die Stargazer Corps, aber die müssen nicht unbedingt sein. Da gibt es ein paar, die ganz cool aussehen und der Rest ist so la la. Firelight hier natürlich wieder, also die ganzen Firelights, wie gesagt, die möchte ich ganz gerne ziehen. Und dann haben wir hier unten natürlich noch die A-Coins, da würde ich alles nehmen. Von 750 bis 2500 wäre cool und, ja, also die 50.000 Credits sind jetzt nicht schlecht, aber es gibt halt durchaus bessere Rewards. So, jetzt drehen wir mal und gucken, was wir so bekommen. Let's go! So, der Moment der Wahrheit. Und? Ah, es lädt mal wieder Ewigkeiten. Wir kriegen Woodragon, oder? Ja, natürlich. Nee, Woodragon für Stalker. Ja, gut. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir drehen weiter. Gucken wir mal. Also mit dem ersten Reward bin ich schon mal nicht so zufrieden. Gucken wir mal. Was kriegen wir jetzt? Ach, komm schon. Serpentine für Redeemer ist jetzt auch nicht unbedingt das, worauf ich... Ich gesetzt habe. Schade Marmelade. Was gibt's als nächstes? Komm, 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 komm. Oh, die 50.000 Creditswetten. Ah, nein. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Wir drehen ein viertes Mal. Und? Wie sieht's aus? Komm jetzt. Komm, 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 komm. Komm. Ja, okay. Ach, komm schon. Kurz neben dem Pearl Neon Skin. Ja, gut. Wobei, der ist jetzt schon... Also, er ist jetzt nicht cool. Er ist jetzt nicht krass. Aber er ist jetzt schon mal das Beste von dem, was wir gezogen haben bisher. Oh, ist das bitter. So, das war Nummero 4. Jetzt kommt Zug Nummer 5. Wir haben ja noch ein paar Mal. Vielleicht haben wir ja ein oder zweimal Glück. Und? Komm, komm, nein. 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 So ein Scheiß. Wir haben Oceanic Digital für den Seeker. Der sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Ist jetzt zwar keiner meiner Wunschskins, aber hey, den kann man eigentlich lassen, muss ich sagen. Ich finde das auch hier die blaue Beleuchtung von ihm. Finde ich ganz cool. Ja, den kann man lassen auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist ein guter Pull. So, dann schauen wir mal weiter. Wir haben... Mein Gott, lädt das jedes Mal so lange. So, schauen wir mal. Und, und? Oh, wir kriegen wieder was für Seeker. Cloud Digital diesmal. Ja. Den kann man auch lassen. Den finde ich jetzt aber nicht so cool wie den letzten, den wir gezogen haben. Den Ozean Digital, der ist schon ein bisschen besser gewesen. Ja, aber trotzdem kann man mitnehmen. Der ist jetzt auch kein schlechter Pull, würde ich sagen. Da bin ich auch eigentlich ziemlich zufrieden mit. Machen wir weiter mit der nächsten Kiste. Und schauen mal. Diesmal ging es etwas schneller. Oh, komm schon. Nicht die Credits. Nein. Wir haben wieder die Credits bekommen. Ach, ich hasse euch, Clarion. Ich hasse euch. Okay. Dreimal können wir noch ziehen. Theoretisch viermal. Vielleicht machen wir das auch noch. Vielleicht ziehen wir alles durch. Gut. Schauen wir mal. Komm. Auf geht's. Und. Und. Komm. Du gibst mir die Credits. Ja. Ja. 1.250 Credits. Äh. A-Coins. Geiler Scheiß. Ja, das ist mal ein geiler Pull. Das ist das Beste, das wir bisher bekommen haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Heißer Shit. Danke, Clarion. Nehme ich gerne mit. Und. Weiter geht's. Komm, wir kriegen doch nochmal die A-Coins. Nein, wir kriegen die Credits. Wenn die Credits. Ich kann euch eins sagen, Leute. Wenn die Credits auch nur in der Nähe sind. Der nimmt immer die Credits. Der braucht gar nichts zu tun, als würde er bloß zufällig wieder zurückschnappen. Der geht immer wieder zurück auf die Credits. Das ist so gemacht. Das ist so gemacht, diese Drecksäcke. So, theoretisch sind wir jetzt beim letzten Pull. Und wir gucken mal, was uns der so bringt. Und. Na, wie sieht's aus? Nein, wir kriegen wieder die Credits. Ach, komm schon. Ja, okay. Okay. Aber ich muss sagen, prinzipiell war ich ganz zufrieden. Das heißt, wir sparen uns jetzt den elften Bonus Pull, weil ich nicht ganz enttäuscht bin. Wir haben insgesamt zwei Skins, die ich ganz geil fand. Und wir haben einmal die 1250 A-Coins bekommen. Die anderen sieben Pulls waren so, meh. Ich glaube, 150.000 Credits waren es insgesamt. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht das, was ich mir gerne aus der Kiste ziehen würde. Trotzdem bin ich ganz zufrieden eigentlich. Ja, das waren jetzt zwei Wochen ersparte Münzen. Und ich mache auch direkt weiter. Und wir sehen uns dann zu einem weiteren Video, wo wir uns ein bisschen was aus dem Tresor pullen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet. Ob ich das weiter betreiben soll, ob euch das nicht so interessiert. Und wir sehen uns dann zu einem weiteren Video. Bis dahin, macht's gut und macht sie fertig. Bis dahin, macht's gut und macht's gut und macht's gut und macht's gut.